Man könnte auch dem Studenten sagen, der schönste Beruf ist der Medizinberuf. Ich kam als PJler zu den Rheinkreis-Neuss-Kliniken. Hier werde ich gut ausgebildet und hier fühle ich mich wohl. Die Rheinkreis-Neuss-Kliniken bieten mir als Fachärztin die ganze Vielfalt an Weiterbildungsmaßnahmen. Für mich ist ein großer Pluspunkt an den Rheinkreis-Neuss-Kliniken die Erfeinbarkeit von Familie und Beruf. Damit bin ich immer auf dem neuesten medizinischen Stand und kann dies direkt an meine Patienten weitergeben. Für die Tätigkeit in den Rheinkreis-Neuss-Kliniken spricht ein moderner Operationstrakt, in dem sämtliche modernen Operationsverfahren wie minimalinvasive Verfahren, wie Osteosetheseverfahren zum Wohle der Patienten durchgeführt werden können. Mein Beruf ausführen kann, aber trotzdem weiß, dass mein Kind sehr gut und liebevoll betreut ist. Es ist unbezahlbar, den ersten Atemzug bei einem neugeborenen Kind mitzuerleben. Arzt sein heutzutage bedeutet eine Menge von fachlichen Dingen, wie funktionieren Krankheiten, zu verbinden mit einer gewissen Menschlichkeit dem Menschen gegenüber. Also für die Tätigkeit in den Rheinkreis-Neuss-Kliniken spricht zum einen, dass es Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft mit einem großen Spektrum und einem großen Versorgungsbereich sind. Was ich gut finde an unserer Klinik, ist die Kollegialität unter dem Ärztekollegium. Bei der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen bleibt es nicht nur bei dem beruflichen Austausch, sondern wir haben auch privat ein gutes Verhältnis. Für mich ist für die Facharztausbildung eine solide und vor allem breite Ausbildung wichtig. Deswegen habe ich mich schon während meines praktischen Jahres hier in der Klinik beworben. Hier kann ich Beruf und Familie sehr gut vereinbaren, durch die hauseigene Kita. Die Besonderheit der Rheinkreis-Neuss-Kliniken ist, dass sie die Patientinnen in ihrer Gesamtheit sehen. Es ist uns ein Anliegen, den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Wissen, diese Fertigkeiten und diese innere ärztliche Haltung weiterzugeben. Hier habe ich meine persönliche Zukunft gefunden. !